05 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 Servus Leute Auch wenn ich super begeisternd und super glücklich ausschaue, bin ich teilweise auch ja, aber erstmal ein ganz ernsteres Thema Wie ich Ihnen schon einigen angesprochen habe, werde ich jetzt umziehen zu einer freundlichen Flamme schwüge ja zeigen wir euch dieses Setup wir sind alle mitgekommen aber wir werden vielleicht auch anders ausschauen Es hat auch mal so ein geiles Statement Video, dass ich jetzt bald umziehe wenn dieses Video sieht, am Freitag ich höre nicht, wenn ihr es natürlich genau sieht deswegen es ist ein Freitag und Sie wollen euch auch einfach die Chance nutzen meinen großen Dank, wie sie mich immer unterstützt haben und auch unterstützt und weiter werden auch mal Danke sagen an euch Danke ist wirklich da, sei es für mich und ich freue mich schon auf die nächsten Jahre bei meinem Freund Sophie damals wie ich heute noch lange hätte und freue mich auf Eingeprächt, dass ich wieder starten werde und wer wollen freue ich mich wirklich sehr weil einfach Dankeschön sagen dass ich Schlüssel von meiner Mutter bekommen habe diesem auch das Denken alles eigentlich ermöglicht hat und so ich bin auch dankbar, dass ich das habe, was ich jetzt habe als wäre es geht ja nicht allen so das ist auch klar deswegen bin ich auch dankbar, dass ich einfach habe auch auch wenn es vielleicht manchmal nichts rüberkommt bin ich einfach trotzdem dankbar, dass ich auch meine Mutter und meinen Bruder es ist nicht einfach, dass ich es einfach wegziehe ist auch nicht einfach auch nicht für sie, aber ich bin nicht aus der Welt und gemeinsam schaffen wir sie auch zusammen halt, dass wir gemeinsam wird man auch schaffen also ich freue mich auf die nächste Zeit und ich freue mich auf meine Folgen und alles mein Content wer weiß was es schon gibt aber wir schauen und ich sage so Ciao Leute